Hi ihr Lieben, ich kann ja vielleicht im Dschungelcamp jetzt hier kurz nach dem Einzug den Leuten dann auch ein paar Styling-Tipps geben zum Schminken und so, mit Schlamm oder mit Blättersaft und so. Kann man ja mal gucken und vielleicht zusammen ein bisschen sägen und ja, ich wünsche euch viel Spaß, ich freue mich hier zu sein. Tschüss!